Alpharschein sagt, alle Frauen mitkommen. Jetzt wird's pervers. Hehe. Joa Leute, was geht? Willkommen zu dieser wunderbaren Videoaufnahme aus meinem neuen Büro. Doch nicht. Aus dem Livestream. Doch Alpharschein, das ist mein Video, wir machen deins danach. Okay, entspann dich jetzt mal bitte, Kollege, ja? Also, wir machen heute... Halt doch dein Maul, Junge! Wir spielen heute eine wunderschöne Runde. Alpharschein und Revi sagen mit dabei ist heute auch noch Mo. Auf geht's. 20 Subs gegen Alpharschein und mich. Denkt an die Regel, wenn ich sage, Alpharschein sagt und jemand macht die Aktion trotzdem, ich stelle hier nicht raus. Wenn Alpharschein sagt, Revi sagt, ich stelle hier nicht raus. Preis für den Gewinner. Ich hab kein Galaxi-Skin. Ist egal. Ich bin die Frau. Ja, das passt. Ist alles in Ordnung. Nein. Nein, Alpharschein, bleib bitte hier. Wir können jetzt nicht nochmal neu starten. Revi sagt, wir landen alle in Tilted Tower am Big Ben, bilden eine Reihe und knien uns hin. Ja, danke dafür, Alpharschein. Gut, dass du es nochmal erwähnt hast, Alter. Wirklich. Alpharschein sagt, leid ihr mein Pöwe des Palms. Nein. Spät. Pass auf, wir machen folgendes, Mo, okay? Ja. Also, wenn du unter den letzten fünf Leuten bist, Mo, kriegst du keine Strafe. Aber wenn doch, dann musst du alle Tomaten hier unten auf einmal essen. Okay. Aber mit deinem Auge. Nee. Ab jetzt. Alpharschein darf gerne den ersten Taumann rausknallen. Alpharschein sagt, geht auf. Okay. Sag mal, ich hab keine Augen mehr. Alpharschein sagt, mitkommen. Okay. Revi sagt, alle Skins, die nicht aus Season 4 sind, vortreten. Ja, Galaxy-Skin, das war aber ganz schön knapp, ne? Na, Kollege. Damit bist du schon mal raus. Nächster Boy. Die anderen Skins hier vorne. Der Schiri auch nicht. Es tut mir leid, Bruder. Flash, es tut mir leid. Gut. Revi sagt, alle Skins mitkommen. Hallo, was ist mit mir? Ja, Stein, wir wechseln uns. Wir spielen uns den Ball zwischenzeitlich immer mal wieder zu. So machen wir das. Revi sagt, alle hier vorne ins weiße Quadrat. Gut. Alpharschein, spiel ruhig gerne weiter. Warte, ich hab ja noch Munition. Okay, Leute. Seid ihr bereit? Revi sagt, stark an die Revi. Junge, du bist viel zu dumm für das Spiel. Okay. Alpharschein sagt, dreht euch im Kreis. Und entspringen. Oh, schade. Du bist jetzt meine Freundin. Komm jetzt. Nein, Alpharschein. So funktioniert das nicht. Alpharschein, sie ist raus. Du musst sie umbringen. Alpharschein. Jetzt, Freunde. Auf. Das ist das. Revi, auf. Okay, warte. Ich mach nichts. Es tut mir leid, Caro. Okay. Revi sagt, aufhören zu drehen. Nein, ich wollte nur die Freundin. Revi sagt, alle einmal springen und hinknien. Abharschein sagt, springt. Hinknien. Hinknien. Revi sagt, mitkommen. Stehen bleiben alle. Stehen bleiben. Au, Bruder. Ich hab's ganz genau gesehen. Du bist der Einzige, der mir aufgefallen ist. Revi sagt, alle stehen bleiben. Du bist leider gerade stehen geblieben, Bruder. Es tut mir leid. Ich hab's genau gesehen. Gibst du's zu? Tut's dir leid? Möchtest du sterben? Möchtest du noch ein Emote machen? Okay, warte. Pass auf. Ich mach dir ein Angebot. Wenn du jetzt ein Emotes machst, was mich zum Kichern bringt, dann darfst du weiterleben. Revi sagt, ab jetzt. Ja, schade. Das hat mich nicht zum Lachen gebracht. Es tut mir leid. Revi sagt, alle in den Basketballplatz. Revi sagt, Alphastein ist dran. Yeah. Junge, Alter. Alphastein fragt. Was? Hat dir gerade Material? Er wird hier rein. Ey, ihr wisst schon, was ich mein. Legt mir den Kopf. Die Wand. Nein, warum denn auch? Nee. Alphastein sagt, gib mir alles, was ihr habt. Ja, Stein, die haben nichts. Warte, Stress. Alphastein. Ich kann die Pfanne setzen. Alphastein. Revi. Hör auf damit, Junge. Entspann dich mal, Stein. Mach mal nicht so einen Blödsinn hier. Okay, Jubis. Okay. Okay, Revi sagt, der Nussknacker-Skin, der Zombie-Standard-Skin und auch die beiden Colmety-Skins mal bitte vortreten. Drei, zwei, eins, raus. Hallo, nein. Hallo. Du hast gesagt, die zwei Dinger. Mo, das war wirklich knapp, ne? Ja, ich bin, ich bin ja festgehangen. Alles klar, Junge. Revi sagt, Mo, wirf ein Korb. Ich hab sowas nicht in meinen Dingern. Revi sagt, Mo, verpiss dich zurück in die Reihe. Oh, Gott sei Dank. Revi sagt, Colmety in schwarz, wirf ein Korb. Ich hab YouTube-Affing. Revi sagt, verpiss dich zurück. Revi sagt, Zombie, wirf ein Korb. Revi sagt, alle mal mitkommen. Revi sagt, die Spieler, die zuletzt in Salted Springs ankommen, drei an der Zahl, sind leider tot. Gut, okay, ich ziehe vorne mal ganz kurz eine Grenze aus Stahl. Machen wir mal hier so. Das hier ist die Grenze. Okay, Revi sagt, stehen bleiben. Zurück. Du leider zurück. Jede, beide, kommt alle mal her. Revi sagt, stellt euch mal wieder mal alle hier drauf. Revi sagt, du zurück in die Reihe. Clementi, du zurück in die Reihe. Was willst du, Fabian? Ach, das bist du. Revi sagt, Verbrecherskin, bitte hier auf die Platte drauf. Revi sagt, du auch. Revi sagt, letzte Chance. Drei, zwei, eins. Okay, dann halt nichts. Revi sagt, auf Wiedersehen. Okay, Freunde, wie geht's euch? Ey, nicht abbauen. Ich bin das, einfach Stein. Ich bin das. Stein, ich bin das. Warte, Prack. Okay, Leute. Ich sehe gerade, ich habe wenig Materialien. Ja. Ich konnte ein bisschen was gebrauchen, Leute. Deswegen, einfach Stein sagt, baut uns ab. Nein, Mann. Junge, was hast du davon? Daran kann ich mich gewöhnen. Was hast du denn davon? Richtig geil, Mann. Was hast du davon, Stein? Ehre. Ehre hast du davon. Ach so, alles klar, okay. Ich glaube, Alphastein versteht diesen Spielmodus einfach gar nicht. Revi sagt, bitte aufhören und alle Materialien an Alphastein abgeben. Ja, komm zu mir. Junge, ist das dumm einfach, Alter. Nein, Mann, komm, 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 wir los. Oh, Junge. Oh, danke, danke. Revi sagt, das nächste Minigame ist auf jeden Fall nicht fair. Revi sagt, alle mal mitkommen und hier vorne bitte beim LKW Platz nehmen. Revi sagt, Alphastein, gib das bitte. Alphastein, hör auf, ich sterbe davon. Hör auf, hör auf, hör auf. Alphastein, ich brauch das jetzt. Gib das zurück, gib das zurück. So. Revi sagt, ich werde jetzt vier Skins random aussuchen. Doch nur zwei werden das Ziel erreichen. Es wird komplett zufällig sein, welche dieser beiden es sind. Revi wird nämlich jetzt sein Geschütz benutzen. Revi sagt, Taxi-Skin, steig auf einen Quad. Revi sagt, du Nebula-Hexe mit Drachen drin, steig auf einen Squad. Revi sagt, Galaxy-Skin, steig auf einen Squad. Nein, der wird mir, nein. Alphastein sagt, nein, Galaxy-Skin. Alphastein sagt, Galaxy-Skin, geh runter, los. Und Revi sagt, du, geh auf einen Squad. Und Revi sagt, Rainbow-Warrior, geh auch auf einen Quad. Und der Rest geht jetzt mir, oder was? Nein. Revi sagt, stellt euch alle hier vorne in eine Reihe. Revi sagt, ich werde jetzt ein Rennen starten. Die beiden Skins, die überlebt haben, sind weiter. Die anderen beiden sind raus. Das Rennen endet hinter meiner Plattform. Revi sagt, drei, zwei, eins und los. Revi sagt, und zurück. Ja, Revi sagt, schade drum. Revi sagt, Alphastein ist wieder am Zug. Schade drum, ey, Banane krumm. Was? Okay, Alphastein sagt, hattet ein bisschen Abstand von mir. Ja, ja, so ist okay. Okay, Alphastein sagt, ey, Siski, komm zu mir. Alphastein sagt, du, ey, hier Typ, komm auch. Alphastein, wir müssen in die Zone. Wir müssen erstmal in die Zone. Warte, wir haben Zeit. Nein, haben wir nicht. Wir müssen wirklich jetzt in die Zone, Digga, komm. Revi sagt, kommt mit mir in die Zone und indigniert, was Alphastein sagt. Okay. Revi sagt, bleibt alle hier vorne auf dieser Platte, die ich jetzt hier auf dem Boden gleich setze, stehen. Ich nehme jetzt mal nur die Frauen mit, okay? Alphastein sagt, alle Frauen mitkommen. Jetzt wird es pervers. Okay, ihr habt jetzt hier ein bisschen zu bauen, ja? Dann gönnt euch ein bisschen. Junge, mach deine Aufgabe, du brauchst viel zu lange, Alter. Danke. Okay, habt ihr alle was. Wer bist du? Okay, und jetzt, Alphastein sagt, baut mir ein Haus. Boah, so will ich das sehen. Alphastein, wie möchtest du einen von denen eliminieren? Boah, schön. Revi sagt, die letzten drei Frauen-Skins, die auf der Plattform sind, haben verloren. Revi sagt, kommt zurück. Revi sagt, es tut mir leid. Revi sagt, mach gerne einen Abschieds-Imode. Revi sagt, alle mitkommen. Hinknien. Revi sagt, hinknien. Und aufstehen. Und jetzt, alle setzen. Revi sagt, aufstehen. Hinknien. Hinsetzen. Revi sagt, mitkommen. Stehenbleiben. Revi sagt, sucht euch alle einen Baum und bleibt vor dem Baum stehen. Revi sagt, der, dessen Baum als letzter steht, stirbt. Drei, zwei, eins. Okay. Sorry. Oh. Hallo. Revi sagt, Alphastein ist wieder an der Reihe. Junge. Junge, komm, es sind noch vier Leute. Ja, okay. Aber ich kann sagen, tanz. Aber ich kann sagen, bink. Das war viel zu spät. Da musst du jetzt eine aussuchen. Bruder, es tut mir leid. Junge, mach doch. Was? Drei. Zwei. Bruder, es war meine Ehre. Eins. Revi sagt, mitkommen. Revi sagt, der Skin, der als letzter sein Geiststein ist, ist tot. Revi sagt, entgeistern und mitkommen. Revi sagt, kommt mit in die Zone. Revi fragt, Katerchen, lebst du etwa immer noch? Nö. Schade drum. Das Basketballkorb. Okay. Revi sagt, Mo, komm hier rein. Revi sagt, Alphastein, geh da rein. Revi sagt, Alphastein, geh da rein. Revi sagt, Mo vs. Alphastein, Pickaxe-Bagts-Battle. Nein. Ab jetzt. Und los. Mann, das ist so unfair. Ich habe 13 HP. Nö. Mo, komm runter, iss alle Tomaten. Nö. Doch, bitte, Mo. Die schmecken lecker. Okay. Revi sagt, hinknien, aufstehen. Hinknien. Revi sagt, springen. Und hinknien. Alphastein, du hast verloren. Hallo, Alphastein. Alphastein. Alphastein, es bringt nichts, es bringt nichts. Alphastein, du hast leider verloren. Tut mir leid. Revi fragt, wie ist dein Name? The VQ, Bro. Revi sagt, schieß mir in den Kopf, du hast gewonnen. Leute, das war es von dieser wunderschönen Folge. Grüße gehen raus an The VQ, der ihr gewonnen habt. Mo, hier gibt es alle Tomaten für dich einmal. Aber wirklich alle, bitte. Weiter. 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 Noch eine. Und Marelle. Okay. Tschüss. Leute, das war's mit diesem wunderschönen Video. Schaut auf jeden Fall bei Alphastein bei Mo vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und damit bin ich raus. Max, du hast wieder da rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau. Tschau, 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 tsch